Wenn Sie eine neue Brille oder neue Kontaktlinsen möchten, sind Sie bei Optik am Bindermichel genau richtig. Für Optikermeister Andreas Pellnöcker und sein Team steht die persönliche und individuelle Beratung der Kundinnen und Kunden im Vordergrund. Wir sind stets bemüht, für jeden Kunden eine maßgeschneiderte Lösung zu seiner persönlichen Sehsituation zu finden. Für alle anfallenden Aufgaben kommen nur modernste Technologien zum Einsatz. Vom 3D-Sehtestgerät zur Vermessung Ihrer Brillenglasstärke, über den neuesten Topografen zur Vermessung Ihrer Augenvorderfläche für Kontaktlinsen, bis hin zum Videozentriersystem für Ihre Brillengläser. In unserer top eingerichteten Werkstatt werden Ihre Brillen schließlich maßgefertigt und alle nötigen Reparaturen gewissenhaft durchgeführt. Optikermeister Andreas Pellnöcker verfügt zudem über die Spezialausbildung für vergrößernde Sehhilfen wie Lupen, damit Sie Ihre tägliche Zeitung wieder problemlos lesen können. Neben international bekannten Fassungslabels achtet Optik am Bindermichel ganz besonders auf Brillenfassungen Made in Austria, die für beste Qualität und Nachhaltigkeit stehen. Das Team von Optik am Bindermichel möchte Sie so bedienen und beraten, wie wir selbst gerne beraten werden möchten. Sie sollen sich bei uns wohlfühlen und unser Haus mit bester Sicht und gutem Gefühl verlassen.